So, guten Morgen zusammen. Das erste Test funktioniert, ich glaube für mich können alle hören. Herzlich willkommen zum zweitägigen Symposium Web-Serien, veranstaltet von, logischerweise, der Filmakademie Baden-Württemberg und der UFA, einem der ältesten, dem ältesten deutschen Fernseh- und Filmproduzenten, der gleichzeitig aber, das werden wir gleich noch merken, mit zu dem Bestaufgestelltesten für die neue Medienwelt gehört. Warum reden wir heute und in diesem Jahr jetzt bei dieser Gelegenheit über Web-Serien? Man könnte so eine Plattitüde bringen, wie nie war es spannender darüber zu reden als jetzt. Das sind normalerweise Plattitüden, da würde jeder Journalist sagen, kann man immer sagen, genauso wie jedes Apple-Produkt das Beste ist, was Apple je produziert hat. Warum ist dieses Jahr so spannend für Web-Serien? Ich glaube, das Spannende an diesem Jahr ist, dass wir zum ersten Mal in vielen Ländern der Welt mehr Internet-Traffic über mobile Endgeräte erlebt haben, als über stationäre Endgeräte. Wir haben bei uns in Deutschland immer mehr On-Demand-Angebote, nicht erst seit diesem Jahr, aber in der Wahrnehmung sehr verstärkt in diesem Jahr. Das führt dazu, dass es immer mehr Situationen gibt, in denen man immer mehr Menschen mit Geschichten erreichen kann. Das kann man mit den immer gleichen Inhalten tun, das funktioniert aber nicht immer und ist auch natürlich keine spannende Herausforderung. So gesehen ist es interessant zu hören und zu sehen in den nächsten beiden Tagen, wie kann man Bewegtbild auf verschiedenste Art und Weise, auf verschiedenen Plattformen für verschiedene Nutzungssituationen erstellen. Wir werden sehen und hören von Präsentationen aus Deutschland, Portugal, den USA, Schweden, Finnland, der Schweiz, Italien und vielen, vielen anderen Ländern. Da ist also eine Menge mit dabei. Kurz zu mir selbst, ich bin Thomas Lückerath, Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL und ja, ob Sie oder ihr wollt oder nicht, ich führe euch durch die nächsten beiden Tage und hoffe, ich werde das halbwegs gut hinkriegen. Wir machen das einfach so wie bei den Webserien, wir probieren es einfach mal. Nach jeder Präsentation in den nächsten beiden Tagen, also heute und morgen, gibt es übrigens Gelegenheit zu fragen von Ihnen und euch. Das heißt, wenn es Fragen gibt, gibt es nach jeder Präsentation die Gelegenheit, ein Kollege oder eine Kollegin wird mit dem Mikrofon rumrennen, dann können, ah wunderbar, hier vorne sitzt er, können Fragen gestellt werden. Ganz wichtig wäre, wenn ihr eine Frage oder wenn Sie eine Frage haben, bitte immer warten, bis das Mikrofon da ist. Die ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet und wenn die Frage nicht über das Mikrofon gestellt wird, dann kann leider die Frage niemand hören. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, sich zu beteiligen, denn aus Erfahrung heraus hat man manchmal Fragen mitten in den Vorträgen. Und damit die nicht warten müssen, wäre mein Vorschlag, der ein oder andere ist sicherlich bei Twitter unterwegs. Wer möchte, kann also gerne seine Frage auch bei Twitter posten. Ich würde während den Vorträgen einfach mal schauen, was für Fragen reinkommen und die ein oder andere Frage mit aufgreifen. Wir brauchen da natürlich ein Hashtag, damit wir unsere Sachen finden. Leider, wenn wir das Symposium Web-Serien nehmen, SWS, ist leider irgendwie sehr belegt durch alle möglichen Quatsch im weltweiten Netz. Da finden wir unsere Fragen nicht so richtig. Gestern Abend beim Abendessen wäre mir ein kleiner Hashtag eingefallen. Also wer immer was twittern möchte, macht es doch einfach mit dem Hashtag Maultasche. Fände ich ganz praktisch, ganz gut. Da finden wir die Fragen in jedem Fall, weil ich glaube nicht, dass plötzlich ganz Baden-Württemberg heute über Maultaschen twittert, abseits dieser Veranstaltung. In dem Laufe der beiden Tage werden wir übrigens auch zwischen Deutsch und Englisch immer mal hin und her wechseln. We have a lot of guests from outside of Germany. America, Portugal is already here. So we have to switch between German and English. The first part, der erste Teil des Tages ist auf Deutsch. The second part today will be in English. Wir versuchen es einfach so gut es geht. Aber um diese Veranstaltung zu starten, würde ich jetzt sagen, begrüßt ihr und grüßen Sie mit mir einmal den Gastgeber, den Hausherren und einen Mann, der die UFA in den letzten Jahren aufgestellt hat, komplett neu aufgestellt hat für die Herausforderung einer Welt, in der Storytelling auf viel mehr Plattformen passiert, als es bisher der Fall war. Begrüßt bitte mit mir Thomas Schad, Geschäftsführer der Filmakademie und Wolf Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der UFA. Haben wir noch ein Mikrofon? Da. So, also herzlich willkommen Herr Bauer. Wir haben eine halbe Stunde. Bevor wir jetzt anfangen, darf ich als Hausherr jetzt einfach mal alle ganz herzlich begrüßen. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus hier. Die Hütte ist ganz ordentlich gefüllt. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte dessen, was jetzt hier stattfindet. Der Michael Rösel, Studienkoordinator der Serienabteilung, kam irgendwann zu mir und sagte, du komm, lass uns doch mal was machen. Webserien, Symposium kam mit einer ganz großen Idee an. Und dann habe ich gesagt, naja, Michael, das ist eine super Idee, wenn du es auf die Beine gestellt kriegst, dann machen wir das auch. Und er hat es auf die Beine gestellt. Und dafür finde ich erstmal dir, Michael, ganz herzlichen Dank, weil ich finde, es ist ein tolles Programm und ein super Thema, was hier unbedingt platziert gehören sein soll, muss. Applaus. Ein bisschen mit an der Strippe gedreht hat natürlich auch der gute Joachim Kossack, der sitzt da ein bisschen weiter hinten. Der leitet ja den Serienstudiengang hier und ist jetzt bei der UFA. Bei der UFA sind sie auch. Und da ist gleich anzumerken, dass wir das Ganze nicht hätten tun können, wenn die UFA auch nicht tatsächlich hartes Geld in diese Veranstaltung mit reingegeben hätte, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Applaus. So, lieber Herr Schad, wir tun das aus ganz selbstsüchtigen Motiven, weil wir sind hinter dem Talent her, das Sie hier ausbilden. Und das, was wir jetzt veranstalten, uns freut es sehr, weil wir glauben, das ist der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Wir möchten ja gerne Sie dazu motivieren, dass Sie Ihre Leidenschaft etwas diversifizieren. Also nicht alleine Fokus auf 90 Minuten TV-Movie oder Autorenfilm oder großer Kinofilm, sondern auch andere Erzählformen, die es erst noch zu entwickeln gibt, die auf allen möglichen anderen Plattformen heute konsumiert werden. Also insofern ist das sozusagen aus allen süchtigen Motiven eine von uns sehr gewünschte Veranstaltung. Also selbstlose Motive gibt es sowieso nicht in unserer Welt, aber vielleicht nochmal kurz für euch, um in die Geschichte auch der Kooperation zu gehen, die die Filmakademie die UFA hat. Das Serienproducing, dieser Studienschwerpunkt ist der einzige fremdfinanzierte Studiengang oder die fremdfinanzierte Studienrichtung, die wir haben, Sat.1 pro 7 und die UFA teilen sich. Die Kosten dafür seit 13 Jahren und deswegen habe ich auch so darauf gedrungen, dass Sie mal wieder zu uns kommen, weil es gab mal eine Pressekonferenz vor zehn Jahren dazu. Und die Frage ist natürlich, was hat Sie denn damals schon angetrieben, so ein Engagement anzunehmen, letztlich direkt in die Lehre, in den Unterricht an einer Filmakademie zu investieren? Die pure Not, weil wir gesehen haben, dass wir als Wirtschaftsunternehmen, als Teil der Kulturindustrie, nicht so beliebter Begriff, aber ich stehe trotzdem dazu, dass es auf der einen Seite eine kulturelle Institution ist sozusagen und auf der anderen Seite ein Wirtschaftsunternehmen, was die UFA heute darstellt. Und wir haben gesehen, dass es nicht reicht, darauf zu warten, dass an Filmhochschulen, Filmakademien in Ausbildung geplant und umgesetzt wird, was Nachwuchskräfte angeht, in allen kreativen Berufen, die wir dringend für die Gegenwart und für die Zukunft brauchen, sondern dass wir uns selbst einbringen müssen, dass wir selber mitsteuern müssen, selber mit Motivierung geben müssen, die Ausbildung in eine bestimmte Richtung auch zu lenken, weil wir, ich habe das gerade schon angeführt, das Thema, die alleinige Fokussierung auf 90 Minuten Stoff, auf die 90 Minuten Erzählung, wird für heute und für die Zukunft nicht mehr reichen und da sind wir natürlich jetzt auch gefordert gewesen und deswegen machen wir das Engagement auch weiter, vielleicht sogar noch breiter als bisher, dass wir mithelfen, mit Ihnen gemeinsam mit anderen Filmhochschulen und Akademien zusammen Ausbildungsgänge mit ins Leben zu rufen oder mit zu fördern, die Sie alle und uns am Ende auch in die Lage versetzen, neue Erzählungen, neue Narrative auf unterschiedlichen Wegen, auf unterschiedlichen Formaten anzubieten. Vielleicht kann man da nochmal kurz ergänzen, jetzt auch an die, die jetzt vielleicht neu hier sind im Studium, dass die Filmakademie eigentlich insofern ein ganz klares Konzept hat, was jetzt auch, ich sage mal, Kooperationen mit Außen, Koproduktionen oder Interessen aus der Filmwirtschaft in der Lehre anbelangt. Also die ersten beiden Studienjahre, das sogenannte Grundstudium bei uns ist ja definitiv komplett geschützt, dort lassen wir keinerlei Einflüsse zu, das machen wir auch ganz bewusst, weil wir sagen, die Studierenden müssen sich erstmal frei entfalten, sie müssen eine Distanz finden zu ihrer Konsumerhaltung und da sollen Begriffe wie Scheitern oder künstlerische Verwirklichung oder Selbstverwirklichung oder Findung oder ich gestalte mein Projekt frei eigentlich im Vordergrund stehen. Aber im Projektstudium und das ist das Entscheidende und Serienproducing ist ja auch ein Bestandteil des Projektstudiums, da ist unser Credo ganz klar und das werde ich auch weiterhin verfolgen, ganz offensiv, dass wir sagen, wir öffnen das Gedankengut in den Markt hinein, wir bieten hier Plattformen an auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wo der Markt in Anführungsstrichen einem studentischen Denken, einer studentischen Kreativität begegnen kann. Das ist uns sehr wichtig, das unterscheidet uns wahrscheinlich auch von anderen Hochschulen, was aber, und das will ich ganz klar sagen, das in einem Satz noch nicht heißt, dass wir nicht eben auch individuelle Talente unterstützen, die vielleicht sagen, ihre Interessen liegen woanders. Also ich glaube, die Schule ist so aufgestellt, dass wir uns leisten können, eben in der Mitte und an den Rändern gleichermaßen Talente zu fördern. Die UFA hat aus, auch aus der Kooperation im Serienproducing, aber auch aus anderen Gründen sehr viel mit Absolventen der Filmakademie gearbeitet. Nico Hoffmann, Teamworks, aber auch die UFA Fiction. Was ist das für eine Geschichte, die UFA und die Absolventen von Filmhochschulen? Das sind ja nicht nur unsere. Ja, wenn Sie sich die Beispiele einmal vor Augen führen, Absolventen hier von der Filmakademie. Jochen Laube zum Beispiel. Jochen Laube ist einer unserer starken, jungen Produzenten. Steffi Ackermann, eine Alpha-Produzentin, ich habe gerade vorher mit Joachim Kossack drüber gesprochen, die weiß, wie sie sich durchsetzt gegenüber allen Teilhabern in der komplizierten Mechanik von Kreation, von seriellem Erzählen etc. Wir haben aber auch mit den Absolventen im Bereich Regie großartige gemeinsame Erfahrungen gemacht. Denken Sie an Schwochosarbeiten vom Novemberkind über den Turm. Jetzt der neue Film. Der neue Film, der kommt nächsten Mittwoch, Bornholmer Straße. Ich kann Ihnen den wirklich empfehlen. Ich finde, es ist ein Meisterstück und jeder Film von ihm ist noch ein bisschen besser als der davor. Also wir haben wirklich eine sehr gute Form der Zusammenarbeit gefunden, aber auch Philipp Kattelbach und viele andere Namen, die ich jetzt nennen könnte, wo das wirklich aufgegangen ist, dass miteinander Wege suchen und miteinander am Ende auch große Projekte gestalten, die beide Seiten ein Stück weitergebracht haben. Aber worauf setzt man dann, wenn man sagt, irgendwie man nimmt, ich entschuldige bitte mal so das Risiko in Kauf, Leute in eine Firma zu nehmen, die noch nicht auf sehr viel Erfahrung in ihren Beruf verweisen können. Man könnte ja auch sagen, ich nehme einen alten Hasen, der mit allen Wassern gewaschen ist. Aber Sie setzen ja auf was ganz Bestimmtes. Was ist das? Es ist schon die feste Überzeugung, dass jemand wie Schwocho ein besonderes Talent zum Erzählen hat. Und natürlich war das Durchsetzen gegenüber den Sendern die größere Hürde. Also unsere eigene Überzeugung, die ist relativ schnell gereift, für den einen oder die andere uns einzusetzen, dass dann ein Sender auch noch mitmacht. Das ist viel schwieriger. Und am Ende das Risiko trägt der Produzent ja nicht alleine, sondern das Risiko tragen alle Beteiligten, übrigens auch der kreative Regisseur oder der kreative Produzent, der das Projekt als Vision definiert hat und am Ende dann auch in allen Details ausgestaltet. Also das Risiko übernehmen wir aber ganz bewusst, weil wir glauben, es gibt ja gar keinen anderen Weg. Ich komme noch aus einer Zeit, Sie müssen bedenken, ich bin jetzt bei der UFA seit 35 Jahren. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Ich will Ihnen nicht lange erzählen von der Zeit, wo es im Grunde nur zehn akzeptierte Regisseure gab. Also als ich als 30-Jähriger Produzent bei der UFA wurde, dann gab es wirklich eine Liste, da waren zehn Regisseure drauf. Das waren die, wo die Sender sagten, die liefern uns mit einiger Gewissheit die Qualität, die wir suchen. Risikofreude, das Wort gab es da gar nicht. Insofern haben wir das natürlich schon deutlich verändert und wir sind heute gerade mit den Risiken, die wir eingegangen sind, eigentlich immer sehr gut gelaufen. Das ermutigt natürlich, das macht auch Lust auf mehr. Und insofern, Sie sehen es ja bei den Geschäftsführern der UFA Fiction, aber auch anderswo, die sind entspannt und wild drauf, neue Experimente, neue Versuche zu machen. Natürlich ist das überall dort noch einfacher, wo Sie eigentlich keinen Sender mehr dazwischen haben. Also die Möglichkeiten, die wir heute haben, gerade was die digitalen Verbreitungswege angeht, das entfesselt uns ja geradezu. Das befreit uns von all diesen Zwängen und Rücksichtnahmen. Wir können heute ja alle möglichen Erzählformen neu erfinden, neu definieren und sie ohne irgendjemanden zu fragen, auf Netze stellen, auf irgendwelche Vertriebswege und der Konsument wird sie finden, wenn die Qualität stimmt. Es geht am Ende wirklich um einen Begriff und den diskutieren wir intern natürlich rauf und runter jeden Tag. Ist das, was wir an Stoff haben, ist das, was wir als Erzählung erkannt haben, die sich lohnt sozusagen verbreitet zu werden, ist das in der Qualität top? Ist das wirklich eine Spitzenqualität, die wir gemeinsam erarbeiten? Das ist übrigens genau hundertprozentig identisch, was ich auch denke, was auch für eine oder für unsere Filmhochschule der absolute Mittelpunkt sein muss, auch zukünftig. Was ist der Stoff? Was ist die Qualität des Stoffes und was ist die Erzählform, die wir daraus ableiten können? Deswegen werden wir ja auch im Diplomstudium einiges ändern, flexibilisieren, liberalisieren, damit wir auch von diesem, ich sag mal, immer noch manchmal sehr kastenhaften Genre-Gedanken stärker wegkommen. Ich glaube, das ist ja auch das, was die ganze Digitalisierung mit sich bringt. Wenn man jetzt den Namen UFA, 20er Jahre, es ist ja die große Filmproduktionsfirma oder eine der großen überhaupt. Und jetzt reden wir über eine digitale Reise. Was passiert da eigentlich im Moment, Herr Bauer? Ist es wirklich ein kompletter Paradigmenwechsel? Verabschieden wir uns von allem klassischen, historischen und brechen in komplett neue Welten auf? Also wie immer, wenn eine neue Technologie sich Wirkung verschafft und massenhaft angenommen wird, gibt es keinen Austausch von, das ist das alte Format des Erzählens und jetzt gibt es nur noch die neuen. Das alte bleibt immer bestehen. Es wird weiterhin die Erzählformen geben, die wir bisher kannten. Man wird sie weiterhin etwas intensiver infrage stellen. Wenn wir uns die Entwicklungsgeschichte der Erzählformen anschauen, dann gibt es ja heute gar keine zwingende Notwendigkeit mehr, sich beim 90-Minüter festzuhalten und zu sagen, weiterhin wird es die TV-Movie-Form oder die Spielfilmform mit 90 Minuten Länge geben. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen. Es gibt dafür immer gute Gründe. Warum war das Internet zunächst mal mit Kurzfilmen besetzt? Entweder waren es die Most Funny Home Videos von Konsumenten gemacht, später professionalisierte sich dieses Segment und wir haben dann gemerkt, die ersten großen Technologiefirmen haben dafür Plattformen geschaffen. Die Telekom hat angefangen Three Minutes aufzumachen. Warum Three Minutes? Das ist eigentlich eine Erzählform, die man da nicht kannte. Die drei Minuten waren aber sozusagen die maximale Erzählform, um bei der Bandbreite dieser Zeit, als die Telekom das gemacht hat, ruckelfrei gestreamt zu werden. Da sieht man, wie die Technologie, der verursache sozusagen auch eine Erzählform wurde. Die Telekom war ein bisschen zu früh, deswegen wurde das Portal auch relativ schnell wieder geschlossen. Heute geht es bei YouTube um ein großes Thema. YouTube hat heute immer noch ein paar wirtschaftliche Probleme. Das nennt man Tausender Kontaktpreis. Ich nehme an, jeder von Ihnen weiß, was das ist. Also es ist sozusagen die Währung der Werbegelder. Die haben das Problem, dass die Verweildauer bei YouTube immer noch zu kurz ist. Die liegt ungefähr bei zweieinhalb Minuten, steigt gerade an. Das, was YouTube anstrebt, ist die Verweildauer ganz weit auszudehnen. Ich will ein Beispiel nennen. Weiß.com, eines der erfolgreichsten Transmedia-Portale weltweit, schafft es schon, eine durchschnittliche Sehdauer von 28 Minuten zu erreichen. Da merken Sie, das sind nochmal andere Erzählformen. Übrigens nicht nur fürs Narrative in Form von filmischen Erzählungen, sondern weiß.com macht ja Reportagen, die machen irgendwelche Beiträge zu Themen, wo sie sagen, der Beitrag ist so lang, wie er sein muss. Der muss nicht 28 Minuten sein, der muss nicht 5 Minuten sein oder 15. Wir erzählen die Geschichte, die wir erzählen wollen. Auch im Journalistischen geht es ja um Geschichten erzählen. Und dann hören wir auf, wenn die Geschichte auserzählt ist. Finde ich großartig. Ich habe neulich mal irgendwo auf einer Plattform was gefunden, wo Filme gezeigt worden sind, die nicht länger wie sechs Sekunden sein durften. Mit einem durchschlagenden Erfolg. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt leider vergessen. Irgendwie ist... Ja, kann sein. Also die waren super, die Filme waren auch gut. Also allein, was kann ich in sechs Sekunden erzählen, das fand ich unheimlich interessant. Aber Ihre Frage nochmal erweitert beantworten. Wir sehen eine ganze Welt, einen Kosmos von neuen Möglichkeiten. Deswegen, wir sind eher in einer positiv aufgeregten Stimmung, dass wir sagen, die klassischen Broadcaster, mit denen wir ja immer noch sehr viel zusammenarbeiten, die werden weiterhin unsere wichtigen Partner sein. Aber wir gewinnen so viele neue Partner dazu. Nico Hoffmann und ich, wir sind jetzt gerade, ich denke, so weit, dass wir innerhalb der nächsten Wochen die erste Produktion für Sky und für Netflix verabreden können. Also für die große Erzählform, für das, was man an horizontalem Erzählen bisher bei den klassischen Broadcastern nicht tun konnte. Ja, wir wollten das immer schon. Ja, wir haben schon vor zehn, 15 Jahren horizontales Erzählen dort versucht anzubieten. Das wurde immer abgelehnt, weil jede Episode sollte eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählen. Wir haben es dann gemacht bei den großen Event-Dramen, bei den großen historischen Event-Zwei- oder Dreiteilern, wo es natürlich die horizontale Erzählweise gab, wo man sehr viel tiefer in die Entwicklung der Charaktere einsteigen kann. Und wir haben jetzt gerade in den Neuentwicklungen, die wir da gemacht haben, darauf natürlich großen Wert gelegt, dass wir diese neuen Erzählformen eher orientieren an filmischer Literatur. Das ist für mich genau das, was bei Netflix oder bei Sky in der Zukunft reüssieren wird. Das haben wir ja am Beispiel HBO oder Starz oder Showtime und deren großartigen Programmoutput ja schon gesehen. Es ist filmische Literatur. Das bezieht sich eher auf die klassischen Fortsetzungsromane des 19. Jahrhunderts als auf eine kleine Kurzerzählung oder einen kleinen Roman. Also insofern, wir haben so viele neue Möglichkeiten, die sich da öffnen, dass wir im Augenblick in vielen Feldern tätig sind zum Experimentieren. Wir sind in einer Experimentierphase. Es ist noch nicht so, dass die UFA umsatzmäßig oder ertragsmäßig von diesen Experimenten leben könnte. Wir machen das, weil wir darin ein Stück Zukunft sehen. Im Wesentlichen hängen wir noch von den klassischen tradierten Formen ab. Enge Zusammenarbeit mit allen Sendergruppen, Kinofilm, dann und wann, wenn es opportun erscheint und weiterhin natürlich große Showformate und andere Erzählformen. Aber wir sehen, das Portal ist offen und wir müssen nur durchgehen. Und die Aufgabe ist gestellt, sich darin zu behaupten. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff UFA Lab? Das UFA Lab ist 2009 in Berlin gegründet worden. Wir haben ein zweites jetzt, drei Jahre später, 2012 in Köln eröffnet. Das ist unsere Verbindung zu der digitalen Community. Das nennen wir Open Source Gefäß. Wir haben sozusagen über diese UFA Labs, wo wir vielfältigste Experimente machen in jeder Hinsicht, vom Computerspiel über interaktive Programme und Erzählformen bis hin zu dokumentarischen, journalistischen Formaten. Wir haben dort die Möglichkeit, dass wir einladen können. Die kreativen Kräfte aus der digitalen Community, die finden bei uns im UFA Lab eine Möglichkeit, ihre Ideen und ihre Konzepte auszuprägen, auszuformen und zu produzieren. Wir helfen ihnen, ihre Ideen umzusetzen und sie helfen uns sozusagen, unsere Projekte zu gestalten. Das hat sich wirklich sehr positiv entwickelt. Einmal sehen wir in dem UFA Lab eine Erweiterung, eine Ergänzung zu den Aktivitäten in unseren drei Units, UFA Show, UFA Serial Drama und UFA Fiction. Wir wollen aber auch unseren Units helfen, die Digitalisierung über das UFA Lab voranzutreiben. Also im Grunde so eine Querschnittsaktivität, wo die ganze UFA daran beteiligt ist, also nicht nur die, die im UFA Lab tätig sind. Wir wollen nicht eine Zweiteilung der UFA in der Zukunft haben, wo es eine digitale Community gibt, die sich sozusagen mit den neuen Möglichkeiten des Erzählens beschäftigen, auf den neuen Vertriebswegen und die alte UFA, die klassisch für Broadcaster ARD, CDF, ProSiebenSat1 und RTL produzieren. Deswegen sollen alle mit in die Digitalisierung in diese Transformation des gesamten Unternehmens und da hilft uns das UFA Lab sehr. Sie werden ja heute und morgen eine Reihe von Beispielen präsentiert bekommen, die wir als Transmedia-Projekte in Verbindung mit verschiedenen Partnern machen. Da können Sie sehen, es ist jeweils eins von zahllosen Experimenten, die wir betreiben. Da gibt es unter anderem auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit Divimove, also mit einem Multi-Channel Network, das glaube ich 1300 Videoblogger, also sogenannte YouTuber, auf einer Plattform versammelt. Mit denen versuchen wir sehr intensiv Programmarbeit zu machen, um das Programmangebot zu diversifizieren und auch zu professionalisieren. Und wir merken, dass die YouTuber dazu große Lust haben. Wir können es nicht mit 1.300 machen. Wir haben uns jetzt zunächst mal 26 ausgesucht, die wir für besonders befähigt halten. Und wir entwickeln jetzt gemeinsam mit denen Programme, die sich in der nächsten zwei, drei Monatszeit dann bewähren müssen vom Publikum vor den Nutzern. Wir haben früher halt vom Film geredet und jetzt geistern ganz unterschiedliche Begriffe durch die Landschaft, Webserien, Games, Produktketten, was weiß ich, Branded Entertainment und so weiter. Alles ist vernetzt, alles ist interdisziplinär, alles ist transmedial. Die UFA, Sie sind einer derjenigen, die auch in der Diskussion in Deutschland über alle diese Formate sehr offensiv nach vorne geht. Es gibt ja auch andere, die treten da ein bisschen eher auf die Bremse. Ich sage mal so die Traditionalisten, die gibt es ja in Deutschland traditionell zu jedem Thema. Was ich jetzt eigentlich wissen wollte, warum hat man das Gefühl, wenn man auf diese Diskussion und auch auf die Aktivitäten im Internet blickt, dass die Impulse im Moment immer noch sehr stark aus dem Ausland kommen? Ich will jetzt gar nicht sagen nur USA, weil es gibt andere Länder, die sind da auch sehr aktiv. Warum hat man, oder vielleicht ist es ja auch falsch, warum hat man das Gefühl, wir hinken da so hinterher? Nein, das ist schon ein richtig beschriebener Eindruck. Das ist bedauerlicherweise so, dass wir in der ganzen Impulsgebung relativ weit hinten sind. Und das ist umso verwunderlicher, also ich könnte mich darüber jeden Tag erregen. Wir reden seit 20 Jahren über die Digitalisierung der Medien. Wir reden seit 20 Jahren über die Transformation der Inhalte und der Plattform. Und wir haben diese Begriffe rauf und runter in der Theorie-Diskussion ja alle schon vielfach verarbeitet. Das Thema war immer Fragmentierung des Angebots und damit Fragmentierung des Marktes. Es war immer Konvergenz, die Medien wachsen zusammen und es war immer Globalisierung. Wir wussten doch genau, das wird sozusagen auf unser Metier eine unglaubliche Einwirkung haben, ein Einschlag. Und trotzdem hat sich nichts bewegt. Es hat sich auch langsamer bewegt, als die Auguren des digitalen Zeitalters es vorhergesagt haben. Sie können jetzt alle nachlesen, die da im Verdacht stehen, dass sie etwas zuvor schnell Prognosen abgegeben haben. Die vor 20 Jahren gesagt haben, in 20 Jahren ist das Fernsehen tot. Ganz genau, das Fernsehen und auch das lineare Nutzen von Bewegtbild ist noch lange nicht tun. Es wird auch überhaupt nie sterben. Es wird immer ein Bedürfnis geben, auch ein kollektives Erlebnis zu haben. Und das ist nicht nur im Sport so. Aber wir sehen, dass sozusagen die Auswirkungen zwar revolutionär sind von der Digitalisierung in unserem Metier und auch in anderen Bereichen der Gesellschaft bis hin zur Wirtschaft, wenn Sie jetzt an das Internet der Dinge denken. Aber die Entwicklung hat sich viel, viel langsamer vollzogen, nahezu im Schneckentempo. Die Entwicklung selbst ist evolutionär. Was übrigens ein sehr guter Anlass wäre zu sagen, wir springen jederzeit auf diese Entwicklung auf. Aber tatsächlich kommen die Impulse überwiegend aus dem Ausland. Nun ist die UFA ja ein Bestandteil eines global aufgestellten Programmunternehmens von Fremantle. Insofern haben wir auch immer davon profitiert, dass wir bestimmte Entwicklungen in anderen Ländern gesehen haben, die bei uns noch nicht existiert haben. Ich will ein Beispiel nennen, ich bin schon vor vier, fünf Jahren bin ich in Los Angeles gewesen und habe dort die Macher vom Maker Studio besucht. Also von einem der ersten Multi-Channel Networks. Lisa Donovan und ihr Partner haben das gemeinsam aufgebaut. Und ich sah, dass das ein Programmaggregator von ungeheurer Dimension wird. Und dass es am Ende den Konsumenten in einer bestimmten Generation, das sind die sogenannten Millennials, dass die am Ende dieses Angebot nutzen werden, wenn es ihren Interessen, ihren Bedürfnissen entgegenkommt. Und deswegen konnten wir relativ früh, früher als andere übrigens, konnten wir uns mit dem Thema Multi-Channel Network beschäftigen. Und wir haben uns ja partnerschaftlich verbunden mit Zweien. Einmal mit Broadband in Kanada, das ist das drittgrößte im Augenblick in der Welt. Gegründet und betrieben von einer Powerfrau, Sharsat Rafati, die Computer Science studiert hat und die das aufgebaut hat als Unternehmerin innerhalb von anderthalb Jahren. Das ist eine ganz erstaunliche unternehmerische Leistung. Und wir haben uns verbunden hier in Deutschland mit Divimove, ein in Berlin ansässiges Multi-Channel Network. Und wir konnten, die hohen Einstiegskosten von Disney haben wir nicht bezahlt, weil wir waren ungefähr zwei Jahre vorher. Und auch von denen, die jetzt danach kamen, die alle Überpreise bezahlen, die konnten wir so ein bisschen ausmocken, weil es war einmal wichtig, früh diese neue Entwicklung zu sehen. Und zum Zweiten war es dann wichtig, daraus was Gutes zu machen. Was machen Multi-Channel Networks? Ich erkläre das mal ganz kurz. Im Grunde sind das Technologieplattformen, die es YouTubern, Videobloggern ermöglichen, relativ einfach ihre Programme, die sie wo auch immer gestaltet haben, vielleicht vom Küchentisch zu Hause aus, hochzuladen. Denen wird weiterhin angeboten, dass sie mit ihren vielfältigen Angeboten Cross-Promotion untereinander betreiben können. Das ist heute der entscheidende Hebel, wie man aus einem nicht bekannten YouTuber einen bekannten YouTuber machen kann. Und sie leisten die Monetarisierung. Das machen übrigens alle Multi-Channel Networks gleichermaßen, sodass da kein USP mehr dabei ist, wenn ein weiteres Multi-Channel Network kommt. Und jetzt war unsere Idee dann in der Zusammenarbeit mit Divimove und Broadband zu sagen, wir wollen programminhaltlich weiterentwickeln. Wir wollen jetzt noch etwas anbieten, was die anderen nicht anbieten können, nämlich den Kontakt mit unseren Programmmachern, mit unseren Produzenten, mit unseren Geschichtenerzählern, um gemeinsam zu neuen Programmformaten, zu neuen Erzählformen zu kommen, die wir dann am Ende dem großen Publikum, der großen Community präsentieren können. Eben auch mit der Konsequenz, dass es dann in der Erzählform nicht mehr nur drei-Minuten-Serien sind, sondern vielleicht auch eine 60-Minuten-Serie, die am Ende auf YouTube zu sehen ist. Das sehe ich in zwei, drei Jahren tatsächlich als Realität. Ich habe hier so einen Zettel. Da stehen Fragen drauf. Also da stehen die Fragen drauf, die ich ungefähr jetzt so Ihnen stellen darf, kann, soll. Ich kann aber was ganz anderes fragen. Aber da steht eine Frage drauf, die lese ich jetzt mal wörtlich vor. Die kann man eigentlich nur noch rhetorisch stellen, nach dem, was Sie gesagt haben. Da steht, glauben Sie, dass man mit Serien im Internet Geld verdienen kann? Ja, natürlich. Zuhören. Sonst würden wir es sicherlich nicht betreiben wollen. Geht ums Geld verdienen. Weil, schauen Sie, es ist tatsächlich ja eine komplexe Balance, die Sie in einem programmkreativen Unternehmen immer halten müssen. Sie sind umgeben von lauter Menschen, die künstlerisch ambitioniert sind, die etwas erzählen wollen und auch die Fähigkeit haben, das so auszugestalten, dass die Erzählung von anderen angenommen wird und wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite müssen Sie das alles auch finanzieren können. Das heißt, Sie müssen schlichtweg Umsatz und Ertrag schaffen, damit Sie auch investieren können in Innovation. Und ich kann Ihnen sagen, das ist natürlich am Ende der entscheidende Erfolgsfaktor. Können Sie in Menschen setzen, in Menschen investieren? Können Sie in Projektideen investieren? Können Sie an eine Vision investieren? Weil Sie gerade gefragt haben, glaube ich, dass wir mit Web-Serien Geld verdienen können. Das ist natürlich schon jetzt ein fester Glaube, den Sie haben müssen, damit Sie sagen, wir investieren so und so viel Geld, um am Ende tatsächlich so weit zu kommen, dass es ein Geschäftsbestandteil der Uferaktivitäten wird. Ich bin fest davon überzeugt, deswegen haben wir viel experimentiert. Wir sind noch nicht so weit, ganz klar gesagt, dass wir heute einen relevanten Umsatz- oder Ergebnisbeitrag daraus gewinnen können. Aber ich denke mal, in einem Jahr ist es so weit. Wir haben im Übrigen durch die Digitalisierung von Programmverwertung, wir machen gemeinsam einen digitalen Kanal mit RTL Passion, da haben wir in der Nachverwertung von Programmformaten, also auch auf lauter serielle Programme in der digitalen Plattform, bei Kabel und bei Sky, da haben wir ordentlich Erträge erwirtschaftet, die haben wir alle reinvestiert. Deswegen war es für uns relativ einfach zu sagen, wir sehen, dass der Markt uns da auch zugutekommt und wir wollen das reinvestieren in neue Erzählformen, neue Programmformate für die Zukunft. Und wenn Sie jetzt die Definition von digitalen Plattformen ganz weit fassen und sagen, dazu gehören auch die Streaming-Plattformen, die es schon gibt. Netflix war ja nicht die Erfindung der Streaming-Plattformen, das haben die Journalisten alle missverstanden. Es gab hier schon ein reich besetztes Welt. Insgesamt 50 Streaming-Plattformangebote gibt es in Deutschland und Netflix kommt als 51. dazu. Da wird natürlich jetzt schon Geld verdient, weil da wird die Nachverwertung von unseren bestehenden Programmformaten praktiziert, weil das, was die Plattformen brauchen, ist natürlich herausragendes Programm. Da hat Netflix noch ein Problem in Deutschland, weil sie kommen als Letzter und die meisten wertigen Programmrechte sind schon vergeben. Zum Beispiel die ganzen HBO-Serien, die liegen bei Sky, die kann Netflix nicht mehr kriegen. Selbst House of Cards hatten sie schon vergeben, rechtlich, sodass das auch anderswo schon zu sehen war und nicht exklusiv auf ihrer eigenen Plattform. Trotzdem, es ist eine entscheidende evolutionäre Entwicklung hin zu diesen Streaming-Plattformen und wenn die die erste deutsche Serie bestellen, dann, wir sind ja gerade dabei, Berlin-Babylon ist noch nicht unterzeichnet, aber ich denke, das kommt und wir sind auch eine Woche entfernt von einem Abschluss, dann ist das natürlich ein veritabler neuer Partner, mit dem wir in die Zukunft ziehen. Wobei, nicht überschätzen, alle sagen immer, das ist das neue Eldorado, so, das wird nicht so sein. Warum wird Sky jetzt irgendwann eine eigene Serie beauftragen in Verbindung übrigens mit der ARD, was ich für eine schwache Idee halte, weil sie ja dann keine Exklusivität mehr haben für ihr Angebot. Nach einem Jahr kann dann jeder das auf der ARD sehen. Das ist vielleicht eher der Not geschuldet, dass man die Gesamtfinanzierung eines teuren Projektes noch nicht alleine stemmen kann. Aber diese Streaming-Plattformen, die nutzen originäre Programme als Marketing-Instrument. House of Cards war ein entscheidendes Marketing-Instrument für Netflix in den USA, sich zu unterscheiden von anderen Streaming-Plattformen, von anderen Anbietern. Das heißt nicht, dass die am Ende davon zehn deutsche Serien bestellen werden. Die werden zunächst mal eine bestellen und dann wird die in anderthalb Jahren dort ausgewertet und dann werden sie sehen, was für eine Kampagne die mit dieser einen Serie machen. Und das machen sie zur Gewinnung von Abonnenten. Sie machen es nicht, weil sie ambitionierte Programmgestalter sind, die sagen, wir wollen am Ende so ein tolles Gesamtangebot haben, das besteht überwiegend aus originären Stoffen. Das ist nicht so. Die Netflix-Führung ist anders getrieben. Die wollen möglichst viele Subscriptions verkaufen. Deswegen wird es zunächst mal eine geben. Also nicht die Hoffnung haben, dass das ein so großes Programmpaket wird, wie das, was wir heute bei ZDF von ARD noch haben. Das ist immer noch vom Volumen her viel wichtiger. Gut. Lieber Herr Bauer, wir müssen jetzt hier sofort runter, weil wir halten sonst den Betrieb auf. Vielen, vielen Dank für diese sehr realistischen Einblicke. Sie haben vorher von Wünschen geredet. Ich wünsche mir A, dass Sie mindestens noch 13 Jahre unser Kooperationspartner bleiben in der Serie oder wo auch immer. Das sage ich jetzt mal ganz frech an Sie hin. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Veranstaltung begreift, als ein Angebot eure, meint in Deutsch eure, naja, eure Hirne zu öffnen. Einfach in andere, in alternative Richtungen, dass ihr selber kreativ werdet in euren Ideen, dass ihr neue Wege sucht. Wir sind für solche Initiativen sehr, sehr offen und wenn sie dann am Ende in einer Serienidee für Netflix enden, wäre das doch eine super Sache. Also viel Spaß euch. Vielen Dank Herr Bauer. Applaus 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 Applaus